Musik Holprige Fahrt Zum Glück blieb der Pferdehändler immer wieder stehen, um sich mit jemandem zu unterhalten, so dass die Mädchen ihn nicht verloren. Er schien wirklich ein wichtiger Mann zu sein und viele Leute zu kennen. Ich schätze, er will zu seinem Auto, meinte Claire plötzlich. Lasst uns versuchen, ihm zuvor zu kommen. Das war eine gute Idee. Sie wussten ja, wo das Auto mit dem Anhänger zu finden war. Kurz darauf hatten sie den Parkplatz erreicht. Da drüben, Claire wies auf den Wagen. Los, wir verstecken uns im Hänger. Und wenn er uns entdeckt, sagte Tina zögernd. Das müssen wir eben riskieren, erwiderte Claire. Der Pferdeanhänger hatte zwei Zugänge. Den hinteren konnte man herunterklappen und als Rampe benutzen, so dass die Pferde dort bequem ein- und aussteigen konnten. Eine ganz normale Tür befand sich an der Seite. Durch sie konnte man die Pferde von vorn versorgen. Claire versuchte, sie zu öffnen. Mist, meinte sie. Entweder ist sie abgesperrt oder das Schloss klemmt. Warte. Bibi hob ihre Hände. Ene mene Hürdenlauf, Türschloss gehe jetzt gleich auf. Hex, Hex. Hexsternchen sprühten und es machte Pling, Pling. Als Claire es erneut versuchte, ließ sich die Tür sofort öffnen. Die drei stiegen ein. In einer Ecke lagen einige Pferdedecken. Jedes der Mädchen nahm sich eine davon. Sie kauerten sich auf den Boden und warfen die Decken über sich. Falls Lupin oder Frédéric aus irgendeinem Grund in den Hänger blicken sollten, blieben sie so hoffentlich unentdeckt. Bibis Herz pochte, als sie näherkommende Stimmen hörte. Wieso steht die Tür auf? Das musste Lupin sein. Frédéric antwortete, seltsam. Ich weiß doch ganz genau, dass ich sie zugemacht habe. Bibi lugte unter der Decke hervor. Tatsächlich stand die Tür einen Spalt offen. In der Eile hatten sie nicht darauf geachtet, sie wieder zu schließen. Bibis Herz klopfte noch lauter. Die Pferdedecken waren nicht gerade ein sicheres Versteck. Liegt vermutlich am Schloss, sagte Lupin. Das funktioniert nicht mehr richtig. Krachend wurde die Tür geschlossen. Lupin hatte den Hänger nicht kontrolliert. Die Männer stiegen jetzt ein. Gleich darauf fielen die Autotüren zu und der Motor sprang an. Die Fahrt begann. Die drei Mädchen warfen die Decken ab. Glück gehabt, flüsterte Tina. Autsch! Sie rieb sich die Schulter, mit der sie gegen die Wand geknallt war. Sie wurden nämlich ganz schön durchgeschüttelt. Wenn Pferde geladen gewesen wären, wäre Lupin sicher vorsichtiger gefahren. Doch er schien es eilig zu haben. Ich glaube, er will zu seiner Farm, vermutete Claire. Vielleicht lädt er dort noch mehr Pferde für die Abrivadot ein. Und was dann? fragte Tina. Mal sehen, Claire zuckte mit den Schultern. Bisher ist ja alles gut gegangen. Mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt saßen die drei da. Erst einmal konnten sie nichts tun, und jede hing ihren Gedanken nach. Bald würde Stéphanie auf dem Sammelplatz eintreffen, überlegte Bibi. Was würde sie machen, wenn die Mädchen nicht zum verabredeten Treffpunkt kamen? Hatte Lupin Garçon wirklich auf seiner Farm versteckt? Und was, wenn sie entdeckt würden? Sie waren etwa fünfzehn Minuten gefahren, als das Auto bremste. Dann bogen sie scharf ab. Claire sprang auf und lugte zu dem Plastikfenster neben der Seitentür hinaus. Ich hab's ja gesagt, flüsterte sie. Wir fahren zu Lupins Farm. Gleich sind wir da. Schnell krochen die drei wieder unter ihre Pferdedecken. Kurz darauf blieb das Auto stehen. Der Motor wurde abgestellt, die Männer stiegen aus und warfen die Autotüren zu. Was würde als nächstes geschehen? fragte sich Bibi. Hoffentlich würden sie nicht entdeckt. Eine Katze namens Belle. Komm erst mal mit in mein Büro, sagte Lupin. Dort besprechen wir alles. Wieder sah Claire zum Fenster hinaus. Sie gehen ins Haus, wisperte sie. Ich glaub, wir können jetzt raus hier. Die Luft ist rein. Die Mädchen warteten noch einige Sekunden, dann öffnete Bibi die Tür. Die drei sprangen aus dem Hänger. Und jetzt? fragte Tina. Ich suche die Farm nach Garçon ab, sagte Claire sofort. Ich möchte hören, was die zwei zu besprechen haben, meinte Bibi. Dann teilen wir uns eben auf, sagte Tina. Claire sucht Garçon und wir bleiben diesen Lupin auf den Fersen und versuchen, etwas herauszufinden. Claire nickte kurz. Wir treffen uns dann wieder hier. Die drei Mädchen rannten los. Auf dem Hof konnten sie vom Haus aus leicht gesehen werden, deshalb durften sie sich hier nicht länger als nötig aufhalten. Claire wandte sich nach rechts, wo sich ein lang gestrecktes Stallgebäude befand. Bibi und Tina rannten auf das Haus zu. Als sie vor der Tür standen, atmeten sie erst einmal durch. Der Schlüssel steckte. Sollten sie wirklich? War das nicht Einbruch, wenn sie jetzt einfach ins Haus schlichen? Die beiden warfen sich einen Blick zu. Irgendwo in Südfrankreich würden sie gleich in das Haus eines Pferdehändlers eindringen, den sie wegen seines großen Schnurrbartes verdächtigten, ein Pferd gestohlen zu haben. Das war wirklich ziemlich verrückt. Aber Bibis Hexennase juckte und sie wusste, dass sie ihrer Nase vertrauen konnte. Im nächsten Moment hatte Bibi die Tür schon geöffnet. Als sie im Haus waren, fielen ihn sofort die vielen Fotos auf, die im Flur hingen. Viele davon zeigten Alphonse Lupin mit Pferden. Auf allen trug er ein breites, zufriedenes Grinsen im Gesicht. Auch alte Fotos in Schwarz-Weiß waren zu sehen. Sie zeigten ähnliche Motive, nur waren hier vermutlich die Vorfahren von Alphonse Lupin abgebildet. Man erkannte sie daran, dass sie alle ziemlich beleid waren und riesige Schnurrbärte trugen. Das schien so etwas wie eine Familientradition zu sein. Aber Bibi und Tina waren schließlich nicht hier, um sich Fotos anzusehen. Wohin waren Lupin und Frédéric wohl verschwunden? Sie hatten in Lupins Büro gewollt, aber wo mochte dieses sein? In diesem Augenblick hörten sie Lupins Stimme. Sie kam aus einem Raum gleich neben der Haustür. Die Tür war angelehnt. Hätte sie offen gestanden, hätten die Männer Bibi und Tina auf dem Flur vermutlich sofort entdeckt. Sie schlichen zu der Tür. Setz dich doch, hörten sie Lupin sagen. Ein Stuhl wurde bewegt, auf dem Frédéric vermutlich jetzt Platz nahm. Hier hast du erst einmal deinen Lohn. Das war wieder Lupin. Ein klatschendes Geräusch ertönte und Bibi sah förmlich vor sich, wie ein dickes, mit Geldscheinen prall gefülltes Kuvert auf den Tisch geworfen wurde. Vielen Dank, Monsieur, murmelte Frédéric. Seine Stimme klang gepresst. Es war ihm anzuhören, dass er sich nicht wohlfühlte. Hatte er ein schlechtes Gewissen? Nichts zu danken, sagte Lupin. Eine Hand wäscht die andere. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft gut zusammenarbeiten. Frédéric antwortete darauf nichts. Bibi und Tina lauschten gespannt. Die Zusammenarbeit, von der Lupin gesprochen hatte. Bezog sie sich auf den Diebstahl von Garçon? Hatte Frédéric Garçon im Auftrag von Lupin gestohlen und jetzt seinen Lohn dafür in Empfang genommen? Monsieur Lupin, hörten sie Frédéric wieder. Was? Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist. Lupin seufzte. Es ist jetzt zu spät, darüber nachzudenken, sagte er. Die alten Zeiten sind vorbei. Mir schmeckt das auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber es bringt eine Menge Geld ein. Nach einer kleinen Pause sprach er weiter. Das Geschäft geht heute Nachmittag über die Bühne. Ich brauche dich dabei nicht. Und je weniger du weißt, desto besser. Du reitest einfach wie üblich bei der Abrivadot mit. Gut, murmelte Frédéric. Dann ist ja alles klar, sagte Lupin. Ich muss bloß noch diese Papiere finden. Er kramte irgendwo herum. Ach, da sind sie ja. Von welchem Geschäft wurde hier wohl gesprochen? Vom Verkauf Garçons? Bibis Gedanken wurden jäh unterbrochen, als sie ein merkwürdiges Geräusch hörte. Aufgeschreckt drehte sie sich um und sah eine große, schneeweiße Katze langsam die Treppe herabschreiten. Die Katze hatte ein ungewöhnlich dickes, dichtes Fell und einen kleinen Kopf. Sicher gehörte sie einer besonders edlen Rasse an. Das Geräusch, das Bibi so furchtbar erschreckt hatte, war ein Miauen gewesen. Wieder miaute die Katze. Jetzt kam sie auf die Mädchen zu und strich um Bibis Beine. Sie wollte gestreichelt werden. Bibi bückte sich schnell und kraulte die Katze im Nacken. Hoffentlich würde sie endlich Ruhe geben. Statt zu Miauen, begann die Katze laut zu schnurren. »Bell?«, hörten sie. »Bell, bist du da draußen?« »Komm zu mir. Na, komm zu Papa.« Offenbar hieß die seltsame Rassekatze Bell. Tina deutete zur Tür und bewegte lautlos ihre Lippen. »Raus hier!« bedeutete das. Bibi nickte. Es war höchste Zeit zu verschwinden. Auf Zehenspitzen schlichen sie zur Haustür. Die Katze kam ihnen hinterher und miaute ärgerlich. »Was ist heute bloß mit Belle los?«, hörten sie Lupin. »Ich muss mal nach ihr sehen.« Bibi und Tina hatten die Tür erreicht. Im nächsten Moment waren sie draußen. Da man von Lupins Büro aus auf den Hof sehen konnte, wollten sie nicht zum Pferdeanhänger zurück. Sie huschten an der Hauswand entlang. Als sie an die Ecke kamen, sahen sie im hinteren Teil des Gartens einen Schuppen, der sich unter den alten Obstbäumen duckte. Dorthin liefen sie. Die Tür stand offen. »Puh, das war knapp«, keuchte Tina. »Diese komische Katze hätte uns beinahe verraten.« »Immerhin haben wir so einiges herausbekommen«, sagte Bibi. »Jetzt müssen wir bloß noch Claire finden.« »Stimmt. Aber wo sollen wir sie suchen?« Tina blickte aus dem zerbrochenen Fenster des Schuppens. »Müssen wir gar nicht«, sagte sie verblüfft. »Sie kommt direkt auf uns zu.« Er tappt. Claire hatte so gehofft, Garçon irgendwo auf der Farm zu finden. Zuerst hatte sie in den Stellen gesucht, dann war sie auf der Koppel gewesen. Sogar in der Sattelkammer und in der Garage hatte sie nachgesehen. Aber sie hatte Garçon nirgendwo gefunden. Wo konnte er nur sein? Vielleicht hatten Bibi und Tina etwas herausgefunden? Claire schlich an der hinteren Hauswand entlang, wo ein großer Obstgarten angrenzte. Zwischen den alten Bäumen bemerkte sie einen baufälligen Schuppen. War Garçon vielleicht darin versteckt? Wohl kaum. Unter dem vorstehenden Dach war Brennholz gestapelt und bestimmt würde sie in dem Schuppen nur irgendwelches Werkzeug und alten Kram finden. Sie beschloss, trotzdem nachzusehen. Schließlich konnte man nie wissen. Als sie sich dem Schuppen näherte, hörte sie ein Geräusch. »Psst«, machte es. Im gleichen Augenblick erschien Bibi an der Tür. »Hier sind wir«, rief sie mit unterdrückter Stimme und winkte Claire heran. Claire war sehr froh, die beiden zu sehen. Schnell schlüpfte sie in den dämmerigen kleinen Raum. »Hast du Garçon gefunden?« fragte Tina leise. Claire schüttelte den Kopf. »Und ihr? Habt ihr etwas herausgekriegt?« Tina nickte. »Ja, Lupin hat Frédéric für irgendetwas bezahlt und gesagt, das Geschäft gehe heute Nachmittag über die Bühne.« »Genaueres nicht?« fragte Claire etwas enttäuscht. »Nein, aber vermutlich hat es zu bedeuten, dass er Garçon heute Nachmittag verkaufen will«, sagte Bibi. »Dann müssen wir unbedingt an ihm dranbleiben, wenn er von hier verschwindet«, erwiderte Claire. Plötzlich fuhren die drei erschrocken zusammen. Die Tür knarrte. Langsam öffnete sie sich einen Spalt und mit erhobenem Schwanz schritt eine große weiße Katze in den Schuppen. »Bell«, rief Bibi erleichtert. »Miau«, machte die Katze und drückte sich an Bibis Bein. Diese bückte sich, um die Katze zu streicheln. »Hat die mich erschreckt«, Claire stieß erleichtert die Luft aus. »Kennt ihr dieses Vieh?« »Das ist kein Vieh, sondern eine verschmuste Rassekatze«, erklärte Tina. »Sie heißt Belle und hätte uns vorhin fast verraten, als wir Lupin und Frédéric belauscht haben. Sie kam auf einmal die Treppe runter und hat so laut miaut, dass wir schnell verschwinden mussten. Vielleicht hätten wir sonst noch mehr erfahren. Aber wenn sie vorhin im Haus war, muss sie doch jemand rausgelassen haben«, sagte Claire. »In der Tat«, bekam sie zur Antwort, allerdings weder von Bibi noch von Tina. Auf einmal wurde die Tür ganz geöffnet und ein beleibter Mann mit einem großen Schnurrbart trat in den Raum. »Lupin«, rief Claire erschrocken. »Monsieur Lupin, wenn ich bitten darf«, korrigierte der Pferdehändler und strich sich über den Bart. Frédéric folgte ihm. Die drei Mädchen wichen bis an die Wand des Schuppens zurück. Belle miaute ärgerlich, weil Bibi schon wieder aufgehört hatte, sie zu kraulen. »Wen haben wir denn da?« Lupin betrachtete die drei Mädchen forschend, aber nicht unfreundlich. »Die kleine Thoreau.« »Und wer seid ihr zwei?« »Wir sind Bibi und Tina«, antwortete Bibi. »Wir kommen aus Deutschland und sind zu Besuch bei Madame Thoreau.« »So, so«, Lupin nickte. »Ich hoffe, dass es euch bei uns in der schönen Kammer gut gefällt.« »Aber was führt euch drei zu mir?« »Wir suchen Garçon«, sagte Claire, die sich wieder gefasst hatte. »Wir wissen, dass sie ihn gestohlen haben.« Lupin lachte. »Ich soll ein Pferdedieb sein? Hast du das gehört, Frédéric?« Frédéric antwortete nichts und blickte zu Boden. Lupin klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Frédéric arbeitet jetzt übrigens für mich,« sagte er zu Claire. »Einen guten Gardien wie ihn kann ich immer gebrauchen. Und auch anständig bezahlen.« »Dafür, dass er Pferde stiehlt«, fuhr Claire auf. »Nicht so hitzig, junge Dame«, mahnte Lupin. Er nahm Bell auf den Arm und kraulte sie zwischen den Ohren. »Wie seid ihr eigentlich hierher gekommen?«, fragte er. Die drei schwiegen trotzig. »Ach so, jetzt ist mir alles klar«, Lupin grinste breit. »Ihr habt euch im Hänger versteckt. Deswegen stand die Tür offen. Und danach seid ihr auch noch in mein Haus eingebrochen, nicht wahr?« Die drei Mädchen schwiegen noch immer. »Ihr habt nämlich die Tür offen gelassen, als ihr verschwunden seid«, sagte Lupin. »Ihr müsst in Zukunft wirklich mehr auf die Türen achten.« Er lächelte die drei Mädchen an und streichelte dabei weiter das weiche Fell seiner Katze. Bell schnurrte wohlig. Auf einmal hatte sie überhaupt kein Interesse mehr an Bibi. »Aber ich bin euch deswegen nicht böse«, fuhr Lupin in aller Ruhe fort. »Ich bin ein gastfreundlicher Mensch. Meinetwegen könnt ihr euch hier gerne ein bisschen umsehen. Leider kann ich euch aber keine Gesellschaft dabei leisten.« »Frederique und ich, wir müssen jetzt los, zum Fest der Pferde und Stiere.« Er wandte sich an Frederique. »Könntest du bitte noch zwei Pferde für die Abrivadot holen, während ich Belle wieder in ihr Körbchen bringe?« Damit verließen die beiden Männer den Schuppen. Bibi, Tina und Claire standen unschlüssig da. Sie hatten erwartet, dass Lupin sie zumindest hier einsperren würde, aber nichts dergleichen geschah. Lupin brachte tatsächlich seine Katze wieder ins Haus und kurz danach kam Frederique mit zwei Pferden von der Koppel und lud sie in den Hänger. Dann stiegen die beiden Männer ins Auto. Als Lupin vom Hof fuhr, winkte er ihnen sogar noch freundlich zu. »Mist«, rief Claire und stampfte vor Wut auf den Boden. Doch nur ein dumpfes Geräusch ertönte. Schlauer als er aussieht. Sie rannten zum Tor und sahen dem Jeep mit dem Hänger hinterher. »Wie weit ist es bis Santa Blanc?«, fragte Bibi schließlich. »Schätzungsweise 15 Kilometer. Zu Fuß brauchen wir dafür drei bis vier Stunden.« Claire ließ mutlos ihre Schultern hängen. Bis dahin war Garçon sicher längst verkauft. Vermutlich an einen zwielichtigen Züchter aus dem Ausland, wo sie ihn nie wiederfinden würden. »Wir machen uns jetzt trotzdem auf den Weg«, entschied Tina. »Das ist das Einzige, was wir tun können.« Sie hatte natürlich recht. Hier zu bleiben hatte keinen Sinn. Inzwischen brannte die Sonne heiß herunter. Die Mädchen waren schon eine Weile gelaufen, als Bibi plötzlich einige Punkte am Horizont sah, die sich auf sie zubewegten. »Seht mal, die Punkte wurden rasch größer und kamen näher.« »Das sind vier Reiter«, sagte Claire überrascht. »Nein, ein Reiter«, meinte Bibi kurz darauf. »Aber er hat drei Pferde dabei.« Und so war es. Der Reiter, der sie ebenfalls entdeckt hatte, fiel in Galopp und kam auf sie zu. »Das ist Eric«, rief Tina. Kurz darauf zügelte der Junge vor ihnen sein Pferd. Tatsächlich hatte er drei Pferde dabei, die an den Zügeln aneinander gebunden waren, sodass er sie leicht lenken konnte. »Was machst du denn hier?«, lafte Claire ihn an. Bibi und Tina schüttelten die Köpfe. Claire benahm sich wirklich unmöglich. Dabei war Eric so nett. Doch den schien Claires Verhalten nicht weiter zu stören. »Als ihr und Lupin plötzlich verschwunden wart, habe ich eins und eins zusammengezählt und meine Schlüsse gezogen«, sagte er lässig. Die Mädchen starrten ihn verblüfft an. »Du hast eins und eins zusammengezählt und deine Schlüsse gezogen?«, wiederholte Claire. »Was bitte schön soll das heißen?« Eric erklärte es ihnen bereitwillig. »Na ja, von den Typen an der Koppel habe ich erfahren, dass Lupin noch zwei Pferde holen will. Ich konnte mir denken, dass ihr ihm folgt. Bestimmt seid ihr als blinde Passagiere in seinem Hänger mitgefahren, stimmt's?« »Stimmt«, Claire nickte. Sie war jetzt doch beeindruckt. »Also habe ich drei von unseren Pferden genommen und bin euch nachgeritten«, sagte Eric, »für den Fall, dass ihr Hilfe braucht.« »Echt?« Claire bemühte sich, ihre Verblüffung zu verbergen. »Du bist schlauer, als du aussiehst«, Eric grinste. »Und du bist netter, als du tust«, sagte er. »Wenn du dich da mal nicht täuscht«, erwiderte Claire sofort. Aber Bibi bemerkte, dass sie auf einmal rot wurde. »Wie auch immer«, mischte Tina sich jetzt ein. »Dich schickt jedenfalls der Himmel, Eric.« »Lupin hat uns erwischt. Wir vermuten, dass er Garçon heute Nachmittag verkaufen will.« »Wisst ihr auch, wo und wann?«, fragte Eric. »Leider nein«, Bibi schüttelte den Kopf. »Aber vielleicht finden wir es heraus, wenn wir uns beeilen?« Die Pferde, die Eric am Zügel führte, waren aufgezäumt, aber nicht gesattelt. Das störte die drei Mädchen jedoch nicht. Sie saßen auf und im nächsten Moment galoppierten sie los. Vielleicht hatten sie ja doch noch eine Chance. Ein sehr guter Vorschlag. Stephanie Toro hatte zwei Pferde für die Abrivadot geholt. Nun saß sie im Auto und fuhr zum Sammelplatz zurück. Sie fuhr langsam, damit die Pferde im Hänger nicht zu sehr durchgeschüttelt wurden. Dann lenkte sie das Auto auf den großen Parkplatz. Sie holte die Pferde aus dem Hänger und führte sie zur Koppel, wo bereits hunderte von weißen Pferden und schwarzen Stieren weideten. Inzwischen waren noch mehr Besucher eingetroffen. Sie blickte auf ihre Uhr. Die Claire, Bibi und Tina längst hier seien. Ihre Tochter war normalerweise sehr zuverlässig. Sie verspätete sich nicht ohne Grund. Wieder blickte Stephanie auf ihre Uhr. Wo blieben die drei Mädchen? Sollte sie nach ihnen suchen? Aber was, wenn sie diesen Platz verließ und ihre Tochter ausgerechnet dann hier auftauchte? Plötzlich näherte sich ein Mann der Koppel, den sie kannte. Er führte zwei Pferde am Zügel hinter sich her und sah sich suchend um. Es war der Marquis. Ausgerechnet. Dem wollte sie jetzt wirklich nicht begegnen. Doch der Marquis hatte sie ebenfalls bemerkt und kam auf sie zu. »Madame Thoreau, guten Tag«, begrüßte er sie etwas steif. »Haben Sie vielleicht meinen Sohn gesehen? Ihren Sohn? Nein. Aber vielleicht haben Sie meine Tochter irgendwo...« »Ist Ihre Tochter auch verschwunden?«, fragte der Marquis. »Es scheint so«, erwiderte Stephanie. »Wir waren hier verabredet, zusammen mit ihren Freundinnen Bibi und Tina.« »Aha, die beiden durfte ich auch schon kennenlernen. Sie waren gestern auf meiner Farm. Offenbar ist das Pferd ihrer Tochter gestohlen worden?« »Ja, allerdings«, bestätigte Stephanie. »Und ich vermute, dass Claire deshalb nicht hier ist. Vielleicht hat sie eine Spur gefunden.« »Das könnte sein«, entgegnete der Marquis. »Von meinem Sohn habe ich erfahren, dass ihre Tochter und ihre Freundinnen Alphonse Lupin im Verdacht haben.« »Alphonse Lupin?«, wiederholte Stephanie erstaunt. »Der Pferdehändler?« Der Marquis nickte. »Hm, vor einiger Zeit wollte er uns Garçon abkaufen«, sagte Stephanie. »Für einen ziemlich hohen Preis, aber ich habe abgelehnt. Das Pferd gehört schließlich Claire. Sie hat es von ihrem Vater bekommen und ich würde es um keinen Preis der Welt verkaufen.« »Aber Lupin ist ein Mann, der sich nimmt, was er will«, sagte der Marquis. »Wie Sie vielleicht wissen, Madame, steigt überall das Interesse an unseren Pferden und damit steigen auch die Preise.« »Ich habe diesen Lupin im Verdacht, dass er Camargue-Pferde teuer an ausländische Züchter verkauft.« »Das ist doch nicht verboten, oder?«, fragte Stephanie. »Er muss nur sicherstellen, dass die neuen Besitzer die Pferde auch artgerecht halten können. Sonst widerspreche er den Richtlinien des Pferdezüchterverbandes.« »Sehr richtig«, erwiderte der Marquis. »Ich habe allerdings den Verdacht, dass Lupin es mit diesen Richtlinien nicht sehr genau nimmt.« »Aber es freut mich, dass Sie so gut Bescheid wissen, Madame. Schließlich sind Sie nicht hier aufgewachsen und kennen sich mit unseren Traditionen nicht aus.« »Aber ich liebe die Camargue-Pferde und weiß, was gut für sie ist«, erwiderte Stephanie einfach. Der Marquis musterte sie einige Sekunden überrascht, ohne etwas zu sagen. Plötzlich kam Bewegung in die Menschenmenge. Laute Rufe erschollen. »Die Abrivado beginnt«, sagte der Marquis. »Wollen Sie mich begleiten, Madame? Vielleicht finden wir unsere Kinder unterwegs.« Der Marquis klopfte einem der zwei Pferde, die er am Zügel führte, auf den Hals. »Eigentlich wollte ich die beiden auf die Koppel bringen«, sagte er, »aber sicher ist es für uns bequemer und zweckmäßiger, wenn wir reiten. Zwei Sättel habe ich noch im Auto. Was sagen Sie dazu?« Stephanie überlegte kurz. »Der Marquis war wesentlich netter, als sie gedacht hatte, und eine bessere Idee hatte sie gerade auch nicht.« »Ein sehr guter Vorschlag«, sagte Stephanie Thoreau. Die Abrivado. Bibi, Tina, Claire und Eric waren die ganze Strecke zum Sammelplatz galoppiert, doch als sie sich ihm näherten, sahen sie gleich, dass sie zu spät kamen. Die riesige Koppel lag bereits leer vor ihnen. »Weit können sie noch nicht sein«, sagte Claire und trieb ihr Pferd sofort wieder an. Nach zwanzig Minuten sahen sie den Zug vor sich. Kurz darauf hatten sie ihn eingeholt. Tausende von Besuchern, zu Fuß oder zu Pferd, begleiteten den Zug. Es herrschte ein riesiges Getümmel. Und in all dem Chaos versuchten die Guardians, die Pferde und Stiere einigermaßen geordnet in Richtung Stadt zu treiben. Viele Teilnehmer versuchten, diese Ordnung zu stören, indem sie die Stiere oder Pferde zum Durchgehen reizten. Immer wieder brach ein Tier aus, aber das gehörte dazu und war nur eine Gelegenheit für die Guardians, ihre Geschicklichkeit zu zeigen. Unter lautem Gelächter und Beifallsrufen wurden die Ausreißer eingefangen und zurückgetrieben. Die vier ritten an der einen Seite des Zuges entlang und hielten Ausschau nach Alphonse Lupin. Plötzlich rief Claire, »Da vorn ist Frederic«. Sie trieb ihr Pferd an. Bibi, Tina und Eric folgten ihr. »Hallo, Frederic«, sagte Claire, als sie den Guardian erreicht hatten. »Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist«, stotterte er. Claire ließ ihn nicht ausreden. »Frederic, wie kannst du nur für Lupin arbeiten?«, brach es aus ihr heraus. Der alte Guardian machte ein verzweifeltes Gesicht. »Es tut mir leid, Claire«, sagte er. »Ich muss doch auch von etwas leben, und deine Mutter kann mich nicht mehr lange bezahlen. Eine Frau, noch dazu eine Fremde, die eine Stier- und Pferdefarm führt. Das gefällt den Leuten hier nicht. Niemand will mit ihr Geschäfte machen, und die anderen Guardians lachen mich schon aus, weil ich für euch arbeite.« »Ach so ist das«, rief Claire wütend. »Es ist also besser, für einen Halsabschneider wie Lupin zu arbeiten. Er will meinen Garçon verkaufen. Gib es zu, Frederic. Du musst mir jetzt die Wahrheit sagen. Hat Lupin meinen Garçon?«, Der Guardian biss die Zähne zusammen, aber schließlich nickte er. »Und du? Du hast ihn gestohlen?«, fragte Claire weiter. Der Guardian konnte Claires Blick nicht standhalten. Er sah beschämt zu Boden. »Ich hätte es mir denken können«, sagte Claire dumpf. »Garçon kennt dich, seit er ein Fohlen war. Von einem Fremden hätte er sich nicht mitnehmen lassen.« Eine Weile ritten sie schweigend weiter. »Frederic«, sagte Claire plötzlich. »Weißt du, wo Garçon jetzt ist?« Der Guardian kämpfte mit sich. In seinem wettergegerbten Gesicht zuckte es. Schließlich antwortete er. »In der Stadt. Monsieur Lupin will ihn verkaufen.« »Wo genau, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass nicht mehr viel Zeit ist. Wenn der Stierkampf anfängt, will Monsieur Lupin schon auf der Ehrentribüne sitzen.« Der Guardian wirkte auf einmal fast erleichtert. »Claire«, sagte er und blickte ihr nun offen ins Gesicht. »Ich habe einen Fehler gemacht. Das tut mir leid. Ich versuche, ihn wieder gut zu machen.« Claire zögerte einen Moment. Dann beugte sie sich zu dem alten Guardian hinüber und umarmte ihn kurz. »Danke, Frederic.« Der Anfang des Zuges hatte jetzt das Tor der alten Stadtmauer erreicht. Kurz danach ritten Bibi, Tina, Eric und Claire mit Frederic in Saint-Ablanc ein. Überall flatterten bunte Fähnchen und Luftballons. Tausende von Zuschauern säumten die Hauptstraße und jubelten den Guardians und den Tieren zu. Viele Straßencafés hatten geöffnet, Tische und Stühle standen auf den Gehsteigen. Auch von hier aus sahen viele Menschen dem Spektakel zu. So etwas hatte Bibi noch nie erlebt. Sie musste unwillkürlich lächeln. Auch Tina, Claire, Eric und Frederic strahlten. In diesem Moment hatten sie alle ihre Probleme vergessen. »Da vorne ist deine Mutter, Claire«, rief Frederic plötzlich. »Tatsächlich, Maman«, Claire hatte die Reiterin mit den langen braunen Haaren jetzt ebenfalls entdeckt. »Ist das nicht dein Vater, neben dem sie da reitet?«, fragte sie Eric. »Was hat sie denn mit dem zu besprechen?« »Ach komm, mein Vater ist nicht so übel«, sagte Eric. »Stimmt, der will uns bloß von hier vertreiben, aber sonst ist er echt nett«, fauchte Claire. »Genau«, Eric grinste. »Ich habe ihn übrigens mal auf die Sache mit der Pacht angesprochen.« »Und was hat er gesagt?« »Nichts«, antwortete Eric, »aber das ist so seine Art. Wie ich ihn kenne, lässt er es sich noch mal durch den Kopf gehen.« »Na toll«, meinte Claire. »Ich muss jetzt jedenfalls zu meiner Mutter. Sie macht sich bestimmt Sorgen.« Da legte Frederic ihr die Hand auf die Schulter. »Lass mich erst einen Moment allein mit deiner Mutter reden«, bat er. Claire blickte ihn erstaunt an. »Ich möchte mich bei ihr entschuldigen und sie fragen, ob ich wieder bei euch arbeiten kann.« »Ich dachte, du arbeitest jetzt für Lupin?«, entgegnete Claire. Frederic schüttelte den Kopf. »Nicht mehr. Ich gebe ihm sein Geld zurück«, sagte er und trieb sein Pferd an. Claire blickte ihm hinterher. Auf einmal wirkte sie sehr erleichtert. »Vielleicht wird ja doch noch alles gut«, seufzte sie. In diesem Moment bemerkte Bibi Alphonse Lupin. Er saß mit einem piekfein gekleideten Mann in einem der Straßencafés. Der Mann hatte sorgfältig gescheitelte Haare und trug einen Anzug. Er hatte einige Papiere in der Hand, die er mit wichtiger Mine studierte. Während Bibi die Szene beobachtet hatte, war sie hinter den anderen zurückgeblieben. Schnell trieb sie ihr Pferd wieder an. »Da drüben sitzt Lupin«, sagte sie aufgeregt. »Wahrscheinlich mit dem Typen, der Garçon kaufen will.« Jetzt sahen ihn auch Tina, Claire und Eric. »Ich glaube, sie verschwinden«, rief Eric. Er hatte recht. Die beiden Männer waren aufgestanden. Lupin legte einige Münzen auf den Tisch und Bibi bemerkte, wie er die Papiere, die der andere Mann eben durchgesehen hatte, in einen Umschlag und dann in seine Jackentasche steckte. Neben dem Kaffee mündete eine schmale Gasse auf die Hauptstraße. In dieser Gasse verschwanden die beiden Männer. »Hinterher«, rief Claire. »Wir dürfen sie nicht verlieren!« Hector bricht aus. Stéphanie und der Marquis ritten in einer Gruppe von Guardians hinter einigen Stieren her, die gleich zur Arena der Stadt getrieben werden sollten. Dort würden sie an den Stierkämpfen teilnehmen, mit denen das Fest nach der Abrivadot eröffnet würde. Hector war ebenfalls unter den Stieren. Dass hier richtige Kampfstiere durch die Straße getrieben wurden, hatte für viele Zuschauer besonderen Reiz. Alle jungen Männer in Saint-Ablanc wünschten sich vermutlich einmal berühmte Stierkämpfer zu werden. Und wenn sie auch heute nicht in der Arena antreten konnten, nutzten sie diese Gelegenheit, um ihren Mut und ihre Geschicklichkeit zu zeigen. Immer wieder rannte einer von ihnen vor den Stieren über die Straße und die Menge klatschte umso lauter, je näher er dabei den Hörnern der Tiere kam. Die Stiere wurden dadurch immer gereizter und die Guardians mussten ihre ganze Geschicklichkeit aufbieten, um sie im Zaum zu halten. Auch Stéphanie und der Marquis sahen den gefährlichen Spielen zu. »Madame Thoreau«, wurde Stéphanie plötzlich von der Seite angesprochen. Sie wandte verwundert den Kopf. »Frederique«, rief sie überrascht. Ihr fiel auf, dass der alte Guardian alles andere als glücklich aussah. Was er wohl von ihr wollte? Das schien der Guardian selbst nicht so recht zu wissen. »Es tut mir leid, dass ich Ihnen gestern nicht geholfen habe«, sagte er schließlich. »Jetzt kann Hector gar nicht am Stierkampf teilnehmen.« »Wie kommst du denn darauf?«, fragte Stéphanie. »Meine Tochter, Bibi, Tina und ich haben ihn ohne dich eingefangen. Schau, da läuft er.« Als der Guardian den Stier erkannte, machte er ein so verblüfftes Gesicht, dass Stéphanie lachen musste. Dass eine Frau und drei Mädchen einen gefährlichen Kampfstier eingefangen, zur Farm getrieben und hierher transportiert hatten, konnte er einfach nicht glauben. »Madame«, sagte der Guardian, »ich will«. Statt weiter zu sprechen, brach er wieder ab. Es fiel ihm wirklich schwer, zu sagen, was er wollte. »Ich habe einen Fehler gemacht«, setzte er erneut an. »Einen großen Fehler. Deshalb erneut folgten einige Sekunden Schweigen.« »Ich möchte wieder für Sie arbeiten«, brachte der Guardian endlich heraus. »Das heißt, wenn Sie mich noch gebrauchen können.« In diesem Moment ertönten erschrockene Rufe, denn ein junger Mann, der über die Straße gerannt war, war gestolpert und hingefallen, direkt vor die Hörner und Hufe des heranstürmenden Ektor. Aus dem Spiel war plötzlich ernst geworden. Doch die Guardians reagierten blitzschnell. Zwei von ihnen drängten ihre Pferde zwischen den Stier und den Jungen. Dieser rappelte sich auf und konnte sich an den Straßenrand retten. Die Zuschauer klatschten den geschickten Guardians Beifall. Für einen Moment waren sie abgelenkt. Ektor jedoch war noch immer sehr gereizt und ehe einer der Guardians ihn daran hindern konnte, stürmte er auf die klatschenden und johlenden Menschen am Straßenrand zu. Doch niemand brach deswegen in Panik aus. Sofort wich die Menge auseinander und glücklicherweise öffnete sich genau an dieser Stelle eine Gasse, deren Zugang vorher noch verdeckt gewesen war. Ektor stürmte in diese Gasse hinein. Wir müssen ihn einfangen, rief Frederic. Der alte Guardian lächelte plötzlich. Er war kein Mann der Worte, aber jetzt konnte er beweisen, dass er Stéphanie Thoreau zur Seite stand. Die Gasse hatte sich noch nicht wieder geschlossen, da lenkte Frederic sein Pferd hinein. Er winkte den anderen Guardians zu, zum Zeichen, dass er sich um den fliehenden Stier kümmern würde. Stéphanie und der Marquis folgten ihm. Die drei Reiter galoppierten Ektor hinterher, während die Gasse sich wieder schloss und die Abrivadot weiterzog, als ob nichts geschehen wäre. Mr. Miller Alphonse Lupin war Pferdehändler in fünfter Generation und einer der wichtigsten Männer der Stadt. Alle kannten ihn, alle respektierten ihn. Lupin kaufte den Züchtern in der Gegend gute Tiere zu fairen Preisen ab und verkaufte sie weiter. In den letzten Jahren war das Interesse an Camargue-Pferden gewaltig gestiegen. Selbst Käufer aus dem Ausland interessierten sich dafür. Für einen Pferdehändler wie ihn war das ein Glücksfall. Natürlich war Alphonse Lupin auch Mitglied im Pferdezüchterverband, den seinerzeit der Urgroßvater des Marquis de Saint-Ablanc gegründet hatte. Nicht nur Züchter, auch alle Pferdehändler der Gegend gehörten dem Verband an. Dessen Ziel war es, die Camargue-Pferde zu schützen und sicherzustellen, dass sie artgerecht gehalten wurden. Alphonse Lupin war nicht wohl in seiner Haut, als er mit diesem Mr. Miller zu dessen Auto ging. Er nahm an, dass Mr. Miller nicht der richtige Name des Mannes war. Schon öfter hatte Lupin Geschäfte gemacht, ohne sich die zukünftigen Besitzer seiner Pferde genau anzusehen. Doch noch nie hatte er ein Pferd stehlen lassen, um es anschließend zu verkaufen. Der Mann hatte sich gerade Garçons Papiere angesehen. Dass der Stammbaum gefälscht war, hatte er zum Glück nicht bemerkt. Ihn hatten vor allem die Zeitungsausschnitte interessiert, auf denen zu sehen war, wie Garçons zum schönsten Pferd der Camargue gekürt worden war. Durch diese Berichte und Fotos im Internet war er auf Garçons aufmerksam geworden und hatte Kontakt zu Alphonse Lupin aufgenommen. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, das schönste Pferd der Camargue zu besitzen, koste es, was es wolle. Und er war bereit, einen sehr hohen Preis für Garçons zu bezahlen. Sie hatten jetzt den Wagen von Mr. Miller erreicht. Ein schwarzer, nagelneuer Jeep, an den ein moderner Pferdeanhänger angekoppelt war. Damit würde er Garçons außer Landes schaffen. Sie stiegen ein und Lupin erklärte dem Mann, wie er fahren musste. Er ließ sich in den bequemen Ledersitz zurücksinken, doch je näher der Abschluss des Geschäftes rückte, desto unwohler fühlte er sich. Er schwitzte und wischte sich mit einem rot karierten Taschentuch über die Stirn. Dieser Mr. Miller trug sogar eine Krawatte, ohne im Geringsten zu schwitzen. Sein Haar war sorgfältig gescheitelt und er roch nach irgendeinem teuren Rasierwasser. Lupin dirigierte ihn durch die verwinkelten Gassen der Altstadt. Er kannte sich hier aus wie in seiner Westentasche. Als er von der leerstehenden Autowerkstatt in dem abgelegenen Hinterhof gehört hatte, hatte er sie für einen Spottpreis gekauft. Sie lag am Ende einer langen Sackgasse. Mit überraschendem Besuch war dort nicht zu rechnen. Heute war der ideale Tag für die Abwicklung des Geschäfts. Die ganze Stadt hatte sich an der Hauptstraße versammelt, um die Pferde und Stiere zu bewundern. Niemand würde ihn stören. Hier sind wir, sagte er. Sie fuhren durch ein Tor auf einen kleinen Innenhof, in dem sich die alte Autowerkstatt befunden hatte. Mr. Miller hielt seinen Wagen an und sie stiegen aus. Während der Fahrt war kaum ein Wort zwischen den Männern gefallen. Lupin mochte diesen Mr. Miller nicht. Der Gedanke schoss ihm durch den Kopf, das Geschäft im letzten Moment platzen zu lassen. In ein paar Monaten wollte er bei der Wahl zum Bürgermeister kandidieren. Wenn diese Sache herauskam, war er seinen guten Ruf für immer los. Dann zeigen Sie mir doch mal dieses Wunderpferd, sagte Mr. Miller spöttisch. Lupin zögerte. Was sollte er tun? Schließlich trat er zu der alten Garage und schob das graue Blechtor auf. Drinnen herrschte dämmeriges Licht, in dem er das Pferd sofort erkannte. Garçon war unruhig. Er wierte und zerrte an dem Strick, mit dem Lupin ihn festgebunden hatte. Lupin trat ein, löste den Strick und führte Garçon nach draußen, wo Mr. Miller wartete. Garçon stieg auf die Hinterbeine. Oh, ganz ruhig, rief Lupin. Er schaffte es mit Mühe und Not, den Hengst festzuhalten. Er ist ein bisschen aufgeregt, sagte er zu Mr. Miller. Aber ist er nicht ein Prachtkerl? Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Nein, sehr schön, erwiderte Mr. Miller ohne die geringste Begeisterung in seiner Stimme. Ich hoffe, er ist seinen Preis wert. Lupin ärgerte sich. Der Mann tat so, als ob Garçon nichts anderes als ein Auto oder irgendein Gegenstand wäre. Dabei war er ein lebendes Wesen, ein herrliches Pferd. Auf einmal tat ihm der Hengst leid. Ab jetzt würde er in einem Stall leben und zur Zucht eingesetzt werden. Sein freies Leben war vorbei. Doch ein Kamarkpferd, das nicht zusammen mit seiner Herde durch die Kamark streifte, war eigentlich kein Kamarkpferd mehr. Es war eine Schande, was er hier tat, dachte Lupin. Das Herz tat ihm weh. Er erinnerte sich plötzlich, wie sehr ihn die Pferde früher begeistert hatten, wie sehr er sie geliebt hatte. Aber irgendwann hatte er angefangen, mehr an das Geld zu denken als an die Pferde. Mr. Miller trat jetzt zum Hänger, um ihn zu öffnen. Doch Garçon sträubte sich. Wieder stieg er und wierte. Plötzlich waren seltsame Geräusche zu hören, trommelnde Hufe, die sich schnell näherten. Im nächsten Augenblick kam ein schwarzer Stier auf den Innenhof geschossen. Der Stier blickte wild um sich. Er war vollkommen außer Kontrolle. Er musste bei der Abrivadot ausgebrochen sein, überlegte Lupin. Aber dass er ausgerechnet hierher gekommen war, zu dieser versteckten alten Garage, war wirklich ein dummer Zufall. Garçon wierte laut auf. Der Stier blickte zu ihnen herüber. Er hatte Lupin bemerkt und senkte sofort die Hörner. In diesem Moment ließ Lupin vor Schreck den Pferdestrick los. Sofort galoppierte Garçon davon. »Was machen Sie denn da? Sie Idiot!« brüllte Mr. Miller ihn an. Der Stier rannte auf sie zu. »Schnell hinter den Wagen! Die Bestie greift an!« kreischte Mr. Miller. Lupin beeilte sich, den Wagen zwischen sich und den Stier zu bringen. Doch der Stier änderte jetzt einfach seine Richtung. Er rannte auf das Auto zu und rammte die Beifahrerseite. Immer wieder rannte er dagegen an. »Mein neuer Wagen! Wissen Sie, was der gekostet hat?« schrie Mr. Miller. Im nächsten Moment kamen drei Reiter auf den Hof geritten. Stéphanie Thoreau, der Marquis und Frédéric. Alphonse Lupin erkannte sie sofort. Bestimmt waren sie dem Stier gefolgt, um ihn wieder einzufangen. Mr. Miller hatte sie auch gesehen. »Hatte ich nicht gesagt, keine Zeugen!« fuhr er Lupin an. »Ich verschwinde! Mit ihnen mache ich nie wieder Geschäfte! Nie wieder!« Der Mann zwängte sich in sein Auto. Im nächsten Augenblick brauste er vorbei an den drei Reitern zum Tor hinaus. Und Garçon, der noch immer in Panik über den Hof galoppiert war, folgte ihm. Eine Sekunde lang war Lupin glücklich. Dieser Mr. Miller hatte das Pferd nicht bekommen. Dann wurde ihm klar, in welcher Lage er sich jetzt befand. Er stand allein diesem wilden Stier gegenüber. Der hatte jetzt nicht einmal mehr ein Auto, an dem er seine Wut auslassen konnte. Der Stier blickte Lupin mit seinen kleinen, dunklen Augen an und senkte die Hörner. »Hilfe!«, schrie Lupin. »Hilfe!« Die Verfolgungsjagd. Bibi, Tina, Claire und Eric hatten es geschafft, ihre Pferde durch die Zuschauereien am Straßenrand zu bringen. Vor ihnen lag die Gasse, in der Lupin und sein Begleiter verschwunden waren. Als sie die nächste Querstraße erreichten, sahen sie ein Auto. Einen schwarzen Jeep mit Pferdeanhänger, der soeben nach links abbog. »Da sind sie!«, rief Claire. Sie trieben ihre Pferde an. Doch als sie die Abzweigung erreichten, war das Auto verschwunden. Hatten sie Lupin schon wieder verloren? Sie zügelten die Pferde. »Seht mal!«, sagte Tina plötzlich. »Was ist das denn?« Von der linken Seite näherte sich etwas. Es war ein Stier. Drei Reiter folgten ihm. Sie wichen ein Stück zurück. »Das ist Hector!«, rief Claire überrascht, als der Stier nicht mehr weit entfernt war. »Er muss durchgegangen sein.« Hector preschte an ihnen vorbei. Jetzt erkannten sie auch die Reiter, die ihm auf den Fersen waren. »Maman!«, schrie Claire. Als Stéphanie Thoreau ihre Tochter sah, zügelte sie ihr Pferd. Der Marquis und Frédéric jagten weiter hinter Hector her. »Was macht ihr hier?«, rief Stéphanie. »Wir haben euch überall gesucht.« »Wir haben Lupin verfolgt«, erwiderte Claire. »Er hat Garçon und will ihn verkaufen, aber wir haben ihn verloren.« »Kommt mit! Sobald wir Hector haben, kümmern wir uns um Garçon.« Stéphanie hatte ihr Pferd wieder angetrieben und jagte hinter Frédéric und dem Marquis her. Claire, Bibi, Tina und Eric folgten ihnen. Allerdings nicht besonders schnell. Sie blickten in jede Gasse, an der sie vorüberkamen. Vielleicht fanden sie Lupin ja doch noch. Stéphanie hatte den Marquis und Frédéric bald wieder eingeholt. Die Kinder lagen jedoch mehrere hundert Meter hinter ihnen. Schließlich rief Claire den anderen zu. »Sie sind in einer Sackgasse! Hier kann ihnen Hector nicht entkommen!« Bibi hatte das Straßenschild auch gesehen. Die vier verlangsamten ihr Tempo. Am Ende der Sackgasse befand sich ein Tor, das vermutlich auf einen Innenhof führte. Sie sahen, wie der Stier durch dieses Tor rannte. Die Erwachsenen folgten ihm gleich danach. »Da ist eine alte Autowerkstatt«, sagte Claire. »Dort hat Frédéric mal unseren Jeep reparieren lassen. Soweit ich weiß, hat der Innenhof nur den einen Zugang.« Das bedeutete, dass Hectors Flucht hier zu Ende war. Ihn einzufangen, konnten sie getrost den Erwachsenen überlassen. Die Kinder zügelten ihre Pferde. »Was machen wir jetzt?«, fragte Eric. »Reiten wir auch hinein oder suchen wir weiter nach Lupin?« »Ich würde vorschlagen, wir«, setzte Claire an. Plötzlich verstummte sie. Ein nagelneuer, schwarzer Jeep mit angekoppeltem Pferdeanhänger kam aus der Toreinfahrt geschossen. Es war das Auto, das sie verfolgt hatten. Der Fahrer raste auf sie zu, als wäre er vor etwas auf der Flucht. Kaum hatten die vier Kinder ihre Pferde an den Straßenrand gelenkt, schoss der Wagen schon an ihnen vorbei. Das war doch. Wieder kam Claire nicht dazu, ihren Satz zu beenden. Denn auf einmal galoppierte ein weißes Pferd aus der Einfahrt. »Garçon«, riefen alle vier wie aus einem Mund. Woher Garçon so plötzlich kam und was auf dem Innenhof wohl geschehen war, wussten sie nicht. Aber das konnten sie später immer noch herausfinden. Garçon galoppierte in wilder Panik an ihnen vorüber. »Hinterher«, brüllte Claire. Wieder trieben sie ihre Pferde an und folgten dem fliehenden Hengst. Garçon in Grün So sehr Bibi, Tina, Claire und Eric ihre Pferde auch antrieben, sie schafften es nicht, Garçon einzuholen. In dem Gewirr der Gassen änderte er andauernd seine Richtung. Auf ihre Rufe reagierte er nicht. Zum Glück waren keine Menschen auf den Straßen unterwegs, die Stadt war wie ausgestorben. Schließlich galoppierte Garçon eine lange Gasse entlang, die mit Fahnen und Luftballons geschmückt war. »Mist, wir kommen auf die Hauptstraße«, schrie Claire. Kurz darauf befanden sie sich tatsächlich wieder mitten im Getümmel der Abrivadot. Zum Glück waren sie gerade in eine Lücke gestoßen. Garçon war auf der Hauptstraße nach links abgebogen, erfolgte der Richtung des Zuges. Von rechts trotteten einige Stiere heran. Links war der Zug schon etwa 100 Meter weiter. Als sie ihn eingeholt hatten, endete die wilde Jagd. Sie kamen nur noch langsam voran. Mindestens 100 Pferde wurden hier in einer Gruppe durch die Stadt getrieben. Die Tiere gingen sehr langsam, manchmal kam der Zug sogar ganz zum Stillstand. Doch wo war Garçon? Vielleicht war er gar nicht weit von ihnen entfernt, doch unter all den anderen Schimmeln war er schwer zu finden. Plötzlich fiel Bibi etwas ein. Sie wandte sich an Eric. »Wie hast du das eigentlich damals gemacht? Ich meine, als wir dich zum ersten Mal getroffen haben und du hinten auf dem Pferd gestanden hast«, fragte sie ihn. »Na ja, am wichtigsten ist es, immer locker in den Knien zu bleiben«, erklärte Eric bereitwillig. »Aber es dauert schon eine Weile, bis man den Kniff raus hat, besonders im Galopp.« Claire sah etwas ärgerlich zu ihnen herüber. »Habt ihr jetzt nichts Besseres zu tun, als euch über alberne Reiterkunststücke zu unterhalten?« »Doch«, sagte Bibi trocken. Sie streifte ihre Reitstiefel samt Socken ab und drückte sie der verblüfften Claire in die Hand. »Kannst du bitte mal halten?« »Ja, aber was?« Im nächsten Moment stand Bibi aufrecht auf dem Rücken ihres Pferdes. Barfuß hatte sie einen viel besseren Halt. »Ich verschaffe mir einen Überblick«, meinte sie. »Vielleicht sehe ich Garçon von hier oben.« »Super Idee«, rief Tina sofort. »Vier Augen sehen mehr als zwei.« Und schon hatte auch sie Stiefel und Socken ausgezogen. »Halt mal!« Im nächsten Augenblick hatte Eric die Sachen in der Hand und Tina stand ebenfalls barfuß auf dem Pferderücken. Da sie nur im Schritttempo vorankamen, war es nicht schwierig, das Gleichgewicht zu halten. »Seht ihr, Garçon?« fragte Claire. »Nein, vielleicht ist er weiter vorn«, meinte Bibi. Ohne lange zu überlegen, sprang sie auf das Nachbarpferd. Das wierte kurz auf, doch bevor es richtig merkte, dass jemand auf seinem Rücken stand, war Bibi schon auf den nächsten Pferderücken gesprungen. Die Arme hatte sie ausgebreitet, um das Gleichgewicht zu halten. »Das macht Spaß, was?« hörte sie eine Stimme von hinten. »Hey, Tina, was machst du denn hier?« Bibi drehte sich zu ihrer Freundin um. Tina grinste. »Na, ich komme natürlich mit.« Die beiden sprangen von Pferd zu Pferd und arbeiteten sich auf diese Weise immer weiter nach vorne. Aber Garçon hatten sie noch immer nicht entdeckt. »Wieso müssen hier eigentlich alle Pferde weiß sein?« seufzte Tina. »Das macht es echt schwer, ihn zu finden.« »Mensch, Tina!« rief Bibi plötzlich. »Genau das ist es!« Sie hob ihre Hände. »Ene, mene, dick und satt. Garçon jetzt grüne Farbe hat. Hex, hex!« Es machte »Alles klar«, erwiderte Tina. »Wir kommen dir dann hinterher.« Tina sprang vom Rücken des Pferdes, auf dem sie gerade gestanden hatte, und eilte zum Straßenrand. Bibi arbeitete sich von Pferderücken zu Pferderücken weiter voran. Ein letzter Sprung und schließlich landete sie auf dem Rücken von Garçon. Der erschrak natürlich, doch sofort ging Bibi in die Knie, stützte sich mit den Händen auf und ließ die Beine an Garçons Flanken entlang nach unten gleiten. Dann beugte sie sich weit nach vorne, sodass sie auf Garçon zum Liegen kam und legte ihre Arme um seinen Hals. »Ganz ruhig, Garçon. Ich bin's, Bibi«, sagte sie mit beruhigender Stimme. Sie spürte, wie sich Garçon entspannte. Er hatte ihre Stimme erkannt. Bibi schaffte es, ihn an den Straßenrand zu lenken. Natürlich zog Garçon sämtliche Blicke auf sich. Das schönste Pferd der Camargue in Grün. So etwas hatten die Leute noch nie gesehen. »Sieh mal, da kommt Claire«, sagte Bibi nach einer Weile. Sie hatte Tina, Eric und Claire entdeckt, die langsam auf ihren Pferden näher kamen. Garçons Ohren zuckten und er wehrte freudig. Als die drei herangekommen waren, sprang Claire sofort ab und lief auf Garçon zu. »Garçon, was ist denn mit dir passiert?« stotterte sie. Sie war nicht darauf vorbereitet, dass ihr Pferd jetzt auf einmal grün war. »Tja, ich musste ihn leider ein bisschen verhexen«, sagte Bibi schulterzuckend. »Sonst hätten wir ihn vermutlich nie gefunden.« »Aber bleibt er denn jetzt für immer grün?«, fragte Claire. »Natürlich«, erwiderte Bibi toternst. »Oder gefällt er dir nicht mehr? Dann kann ich ihn auch blau hexen.« Als sie Claires erschrockenen Gesichtsausdruck bemerkte, lachte sie. »Das war nur Spaß. In ein paar Minuten sieht er wieder aus wie immer.« Tatsächlich begann Garçons Farbe bereits zu verblassen. Aber selbst in grün war er eines der schönsten Pferde, das Bibi je gesehen hatte. Claire war dennoch sehr erleichtert. Sie schlang die Arme um den Hals ihres Pferdes. »Mein Garçon«, rief sie glücklich. »Endlich habe ich dich wieder.« Sie streichelte und liebkoste ihr Pferd, und Garçon rieb seine weiche Schnauze an ihrer Schulter. Schließlich drehte Claire sich um. Sie hatte Freudentränen in den Augen, die sie jetzt aber schnell wegwischte. »Danke«, sagte sie strahlend zu Bibi und Tina. »Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte.« »Und dir danke ich auch.« Jetzt wandte sie sich an Eric, der gerade dabei war, dem Pferd, auf dem Claire geritten war, das Zaumzeug abzunehmen. »Ohne dich säßen wir vermutlich immer noch auf dem Hof von Lupin.« »Vermutlich«, erwiderte Eric trocken. »Apropos Lupin. Wir sollten zu der alten Autowerkstatt zurück. Ich will wissen, was da passiert ist.« Er reichte Claire das Zaumzeug. »Ich nehme an, du willst jetzt auf Garçon reiten, oder?« Claire lächelte ihm dankbar zu. Dann legte sie Garçon schnell das Zaumzeug an, während Eric dem anderen Pferd einen leichten Klaps gab, so dass es sich ohne weiteres in die Abrivadot einreite. Bibi und Tina hingegen beeilten sich, ihre Socken und Stiefel wieder anzuziehen. Dann saßen die vier auf und ritten durch das Gewirr der Sträßchen und Gassen zurück zu der leerstehenden Autowerkstatt. Als sie dort ankamen, war Garçon wieder so weiß wie zuvor. Das Spiel ist aus. Als Bibi, Tina, Claire und Eric auf den Innenhof ritten, fanden sie dort erst einmal nur zwei Pferde vor. Diese waren bei einem kleinen Seitengebäude neben der Werkstatt angebunden. In dem Gebäude hatte sich früher wohl das Büro der Werkstatt befunden, wie Bibi nach einem Blick durch das Fenster vermutete. Noch immer standen darin ein alter Schreibtisch, einige Stühle und zwei leere Aktenschränke. Auf einem der Stühle saß jetzt Alphonse Lupin. Stéphanie und der Marquis standen in anklagender Haltung vor ihm. Als die vier Kinder kurz darauf den Raum betraten, wurden sie von Stéphanie und dem Marquis erleichtert begrüßt. Die beiden waren froh, dass den Kindern nichts passiert war. Natürlich berichtete Claire sofort, wie es ihnen gelungen war, Garçon einzufangen, und auch Stéphanie erzählte, dass sie Hector hier eingeholt hatten. Wo ist Hector eigentlich? fragte Claire plötzlich. Denn der Stier war, genau wie Frédéric, nirgends zu sehen. Frédéric hat es übernommen, ihn zur Arena zu treiben, erwiderte Stéphanie, nachdem er Monsieur Lupin im letzten Moment vor ihm gerettet hat. Aber statt uns dankbar zu sein, fügte der Marquis hinzu, leugnet Monsieur Lupin immer noch alles ab. Alle blickten jetzt auf den Pferdehändler, der mit verdrießlichem Gesicht auf seinem Stuhl saß. Bibi bemerkte das dicke Kuvert, das auf dem Schreibtisch lag. Sicher war, dass der Lohn den Frédéric ihm zurückgegeben hatte. Ich bin eben unschuldig, sagte Lupin. Ihre ganzen Verdächtigungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Er erhob sich von seinem Stuhl. Und deswegen gehe ich jetzt. Ich möchte nicht zu spät zum Stierkampf kommen. Doch der Marquis schüttelte entschieden den Kopf und drückte ihn mit sanfter Gewalt wieder zurück auf den Stuhl. Hier geblieben. Wir sind noch nicht fertig, sagte er. Diesmal sind Sie zu weit gegangen, Lupin. Sie haben ein Pferd stehlen lassen. Frédéric hat es zugegeben. So einfach kommen Sie diesmal nicht davon. Da lächelte der Pferdehändler. Ich bitte Sie, Marquis. Ich lasse doch keine Pferde stehlen. Mein Wort steht gegen das Wort eines Guardians. Wem wird man da wohl glauben? Der Marquis und Stéphanie sahen sich etwas ratlos an. Bibi, Tina, Claire und Eric konnten es kaum fassen, wie dreist Lupin alles ableugnete. Aber Garçon ist doch von hier aus weggelaufen, rief Claire empört. Das haben wir gesehen. Seid ihr denn so sicher, dass es Garçon war? Erwiderte Lupin. Es war ein weißes Pferd und zwar eines meiner eigenen. Ich werde doch wohl noch ein Pferd verkaufen dürfen, das mir selbst gehört. Aber natürlich freut es mich sehr, dass du deinen Garçon wieder hast, Claire. Schließlich seid ihr deswegen ja sogar auf meiner Farm eingebrochen. Nicht wahr? Wie bitte? Stéphanie warf ihrer Tochter einen scharfen Blick zu. Auf einmal befanden sich Claire, Bibi und Tina in einer sehr unangenehmen Lage. Zum Glück ging der Marquis über Lupins Worte schnell hinweg. Lenken Sie nicht ab, sagte er ärgerlich. Eines Tages kriege ich sie. Eines Tages habe ich einen Beweis, dann sind Ihre Tage als Pferdehändler gezählt. Und Ihre Kandidatur als Bürgermeister. Können Sie sich dann auch abschminken? Vielleicht ist heute schon dieser Tag, sagte Bibi plötzlich. Alle Augen richteten sich auf sie. Statt lange zu erklären, was sie meinte, hob Bibi einfach ihre Hände und richtete sie auf Alphonse Lupin, genauer gesagt auf dessen Jackentasche. Ene mene Wundertier, Lupins Papiere her zu mir. Hex, Hex. Das Pling-Pling ertönte, die Hexsternchen sprühten und im nächsten Augenblick schwebte ein dicker Umschlag aus Lupins Jackentasche auf Bibi zu. Sie reichte ihn sofort an den Marquis weiter. Sehen Sie sich das bitte mal an. Vielleicht können wir ihn damit überführen. Äh, machte der Marquis überrascht. Eric grinste seinen Vater an. Nur falls du dich wunderst, Bibi ist eine Hexe, sagte er, als wäre das etwas völlig Normales. Ach so, das wusste ich nicht, erwiderte der Marquis im gleichen Tonfall. Tina kicherte. Alphonse Lupin jedoch war gar nicht zum Lachen zumute. Seine Augen weiteten sich, als der Marquis den Umschlag öffnete. Was haben wir denn da? Einen Kaufvertrag für Garçon, der bereits ausgefüllt und von Ihnen unterschrieben ist, Monsieur Lupin. Der Marquis blätterte weiter. Außerdem Zeitungsausschnitte, die über Garçons Wahl zum schönsten Pferd der Karmark berichten. Und hier ist auch noch ein Stammbaum. Offensichtlich gefälscht. Nun, Lupin, was sagen Sie dazu? Alle Augen waren jetzt auf Alphonse Lupin gerichtet. Würde er sich wieder herausreden können? Nein, er versuchte es nicht einmal mehr. Erstaunlicherweise wirkte er fast erleichtert, als er sagte, das Spiel ist aus, Marquis. Ich gebe alles zu. Er wandte sich an Stephanie. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, Madame. Dann blickte er Claire an. Bei dir möchte ich mich auch entschuldigen. Ich werde so etwas nie wieder tun. Dazu wird auch keine Gelegenheit bestehen, sagte der Marquis. Ich rufe jetzt die Polizei. Vielleicht müssen Sie hinter Gitter. Ihre Tage als respektierter Pferdehändler sind jedenfalls gezählt. Einen Moment noch, mischte sich Stephanie ein. Vielleicht können wir die Sache ohne Polizei regeln. Sie warnte sich an Lupin. Versprechen Sie, so etwas wirklich nie wieder zu tun, Monsieur Lupin? Der Pferdehändler erhob sich und legte feierlich seine Hand aufs Herz. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Madame. Jetzt wandte sich Stephanie an den Marquis. Ich bin dafür, ihm eine Chance zu geben. Jeder verdient es, eine Chance zu bekommen. Nicht wahr? Der Marquis lächelte. Ich verstehe, was Sie meinen, Madame, sagte er. Gut, Sie sollen Ihre Chance bekommen, Lupin. Ich hoffe, Sie nutzen sie. Aber das hier … Und mit diesen Worten schob er die Papiere wieder in den Umschlag und ließ diesen in seine Jackentasche gleiten. Das hier werde ich behalten. Außerdem habe ich noch eine Bedingung. Denn ungestraft sollen Sie nicht davon kommen. Der Marquis deutete auf das dicke Kuvert mit dem Geld, das noch immer auf dem Tisch lag. Ich möchte, dass Sie Friederik das wiedergeben. Immerhin hat er Ihnen vorhin vielleicht das Leben gerettet. Lupin nickte sofort. Selbstverständlich, sagte er, ohne zögern. Friederik wird allerdings zu stolz sein, es von mir zu nehmen. Damit reichte er das Kuvert Stephanie. Nehmen Sie es, Madame. So können Sie ihn in den nächsten Monaten anständig bezahlen, ohne dass er weiß, dass es mein Geld ist. Stephanie zögerte. Als der Marquis ihr aber zunickte, nahm sie das Kuvert und steckte es ein. So, meinte Lupin gut gelaunt und rieb sich die Hände. Damit wäre alles geklärt. Und ich schlage vor, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Arena. Es ist höchste Zeit, der Stierkampf beginnt gleich. Und natürlich sind Sie alle zu mir auf die Ehrentribüne eingeladen. Der Stierkampf Die Arena von Santa Blanc war bis auf den letzten Platz besetzt. Tausende von Menschen erwarteten den Beginn des Stierkampfes. Bibi und Tina saßen neben Claire und Eric, deren Eltern Frédéric und Alphonse Lupin auf der Ehrentribüne, wo sie eine besonders gute Sicht hatten. Die Arena war mit Sand bestreut und mit einer rot gestrichenen Holzbalustrade von den Plätzen der Zuschauer abgetrennt, die stufenförmig nach oben angeordnet waren. Auch auf Bibi und Tina sprang die gespannte Atmosphäre über. Gerade liefen drei schwarze Stiere in die Arena ein. Hector war einer von ihnen. Sie waren prächtig anzusehen mit ihren geschwungenen Hörnern und den Kokarde, die daran befestigt waren. Das Publikum begrüßte sie mit lautem Beifall. Unruhig liefen die Stiere in der Arena umher. Jetzt kamen die Rasseteurs, die Stierkämpfer, sieben in weiß gekleidete Männer. Der Kampf würde zunächst eine Viertelstunde dauern, anschließend würde der beste Stier weitere zehn Minuten allein gegen die Rasseteurs antreten. Dies war eine besondere Variante des Stierkampfes, wie er in Saint-Ablon ablief, erklärte ihnen Frédéric. Ein Trompeter gab das Signal für den Beginn des Kampfes. Jeder Stierkämpfer trug einen kleinen Haken aus Metall in der Hand, den sogenannten Crochette. Damit versuchten sie den Stieren die Trophäen abzustreifen, die diese zwischen und an den Hörnern trugen. Je mehr sie davon einsammelten, desto mehr Preisgeld bekamen sie. Häufig verfehlten die Rasseteurs aber auch ihr Ziel, und die Stiere gingen auf sie los. Nur ihre Schnelligkeit konnte die Männer retten. Mit kühnen Sprüngen setzten sie über die Holzbalustrade, die der wütende Stier dann mit seinen Hörnern bearbeitete. Besonders wild gebärdete sich Ektor. Immer wieder jagte er die Rasseteurs über die Balustrade. Es dauerte nicht lange, da hatten die beiden anderen Stiere sämtliche Trophäen verloren. Der Kampf wurde jetzt für eine Weile unterbrochen, damit sie die Arena verlassen konnten. Keinem der Rasseteurs war es bisher gelungen, Ektor auch nur ein einziges Band abzustreifen. Nur er und die sieben Stierkämpfer befanden sich jetzt in der Arena. Zehn Minuten musste Ektor noch überstehen. Frederik war sehr aufgeregt. Noch nie hat ein Stier es geschafft, alle Trophäen zu behalten, erklärte er Bibi und Tina. Ektor war nicht nur sehr stark, wendig und schnell, er war auch sehr klug. Statt wild umherzulaufen, wartete er ruhig ab, bis er angegriffen wurde. Schließlich konnte sich immer nur einer der Stierkämpfer nähern. Sobald dieser versuchte, ihm eine Trophäe zu nehmen, wich Ektor blitzschnell aus und griff den weiß gekleideten Mann danach ebenso blitzschnell an. Das Publikum hatte sofort begriffen, wie schlau sich der Stier verhielt. Sämtliche Zuschauer waren auf seiner Seite. Ektor, Ektor, brüllten sie begeistert. Immer wieder jagte der Stier die weiß gekleideten Männer über die Balustrade. Stéphanie, der Marquis und sogar Alphonse Lupin klatschten wie verrückt. Ihr Ektor könnte einmal der berühmteste Kampfstier der ganzen Camargue werden, Madame, rief Alphonse Lupin begeistert. Die Bewegungen der Raseteurs wurden jetzt langsamer. Sie waren erschöpft. Und schließlich ertönte wieder das Trompetensignal. Der Kampf war zu Ende. Ektor hatte gewonnen. Keine einzige der Trophäen hatten die sieben Stierkämpfer ihm abnehmen können. Respektvoll verbeugten sich diese vor ihm, bevor sie die Arena verließen. Das Publikum jedoch stand auf und klatschte wie verrückt. Auch Bibi und Tina klatschten. Sie würden zwar nie große Stierkampffans werden, aber auch ihnen hatte es gefallen, wie Ektor die Männer durch die Arena gejagt hatte. Und sie waren sehr froh, dass niemandem etwas dabei passiert war. Auf einmal drängte sich Stephanie Thoreau an den anderen vorbei und ging mit schnellen Schritten zur Arena hinab. Was hat deine Mutter vor? fragte der Marquis Claire. Claire war ebenso überrascht wie alle anderen und zuckte mit den Schultern. Plötzlich schien ihr aber etwas einzufallen. Ich habe da so eine Ahnung, sagte sie. Sie zwinkerte Bibi und Tina zu. Die beiden wussten, was Claire meinte. Atemlos blickten sie zur Arena hinab. Noch immer erschollen laute Beifallsrufe für Ektor, als Stephanie Thoreau über die Holzbalustrade kletterte. Das Publikum verstummte schlagartig, als die schmale Frau mit den langen braunen Haaren die Arena betrat. Wollte sie es etwa mit dem wildesten Kampfstier der Kamark aufnehmen? Die Luft knisterte vor Spannung. Auf einmal war es so still, dass man das Fallen einer Stecknadel hätte hören können. In diesem Moment steckte Stephanie Thoreau zwei Finger in den Mund und stieß einen schön klingenden Pfiff aus, der aus einer Folge von drei Tönen bestand. Hector trabte auf sie zu und Stephanie machte nicht die geringste Bewegung, um ihm auszuweichen. Das Publikum konnte nicht glauben, was es da sah. Alle waren überzeugt, dass der Stier die Frau angreifen würde, doch niemand konnte das jetzt noch verhindern. Ein Raunen ging durch die Menge, einige erschrockene Rufe ertönten, manche Besucher pressten sich die Hände vor die Augen. Der Marquis sprang auf, er wollte hinab zur Arena, doch Claire hielt ihn am Arm fest. Maman weiß schon, was sie tut, sagte sie. Als Hector Stephanie Thoreau beinahe erreicht hatte, blieb er stehen. Er senkte seinen Kopf. Stephanie trat auf ihn zu und nahm mit der bloßen Hand alle Trophäen aus den Hörnern. Anschließend versetzte sie dem Stier einen liebevollen Klaps auf die Stirn, drehte sich um und kletterte wieder über die Balustrade. Das Publikum konnte nicht glauben, was es eben gesehen hatte. Noch einige Sekunden herrschte Stille. Dann brach ein Beifall los, wie man ihn in Saint-Ablanc noch niemals gehört hatte. Ein einfaches Reitkunststück. Der Marquis und Frédéric hatten geholfen, Hector, der jetzt ein gefeierter Held war, und auch Garçon zurückzubringen. Nach ihrem Auftritt in der Arena waren Hector und Stephanie schlagartig Berühmtheiten in Saint-Ablanc geworden. Ja, diese Geschichte würde sich vermutlich bald überall in der Kamark herumgesprochen haben. Auf einmal waren alle stolz, dass Stephanie eine der ihren war. Sogar der Bürgermeister war zu ihr gekommen. Grandios war das von Ihnen, Madame, hatte er begeistert gerufen. Ganz exzellent, fabelhaft, ja geradezu fantastisch. Wie haben Sie das gemacht? Aber Stephanie hatte nur gelächelt und gesagt, das ist mein kleines Geheimnis. Jetzt saßen sie alle an einem langen Tisch im Garten und sahen zu, wie die Sonne unterging. Es war wirklich ein ereignisreicher Tag gewesen. Umso schöner war es, jetzt wieder hier draußen zu sein. Als sie angekommen waren, hatte Stephanie den Marquis, Eric und Frédéric eingeladen, mit ihnen zu Abend zu essen. Alle hatten das Angebot angenommen und geholfen Brot, Käse, Oliven, Schinken, Wasser, Wein und Saft nach draußen zu bringen. Dabei hatte der Marquis seinen eigenen Brief entdeckt, der noch immer auf dem Küchenschrank gelegen hatte. Er hatte ihn genommen, in der Mitte durchgerissen und in den Papierkorb geworfen. Hector ist vielleicht der wildeste Stier und Garçon ist vielleicht das schönste Pferd. Aber ich bin ohne Zweifel der dümmste Esel der ganzen Kamark, hatte er zu Stephanie gesagt. Bitte vergessen Sie, was ich Ihnen geschrieben habe. Dann hatte er Stephanie seine Hand gereicht. Auf gute Nachbarschaft. Auf gute Nachbarschaft, hatte auch Stephanie gesagt, und die beiden hatten sich lachend die Hände geschüttelt. Und nun saßen sie alle beisammen, aßen und tranken und unterhielten sich über die Ereignisse des Tages. Hector war wieder irgendwo da draußen bei seiner Herde, wo er sich bestimmt noch wohler fühlte als in der Arena. Und Garçon stand mit Coco und Fleur und den anderen Pferden hinten auf der Koppel. Aber das Fest der Stiere und Pferde war ja noch nicht zu Ende. Morgen würden weitere Stierkämpfe stattfinden. Und übermorgen stand die Wahl des schönsten Pferdes der Kamark an. Garçon würde natürlich wieder daran teilnehmen. Im Anschluss daran würden Reiterspiele in der Arena vorgeführt, bei denen auch Eric seine Kunststücke zeigen würde. Ihr habt das übrigens toll gemacht, sagte er zu Bibi und Tina. Also, wie ihr da auf der Abrivadot so über die Pferderücken spaziert seid. Das haben wir nur so gut hingekriegt, weil wir dir genau zugesehen haben, sagte Bibi. Wenn ihr Lust habt, können wir das mal auf galoppierenden Pferden ausprobieren, sagte Eric. Das könnte Spaß machen. Klar, das machen wir gleich morgen, rief Claire begeistert. Wie ich Bibi und Tina kenne, haben sie sowieso erst mal genug von den Stierkämpfen. Aber ich dachte, du hältst nicht viel von solchen albernen Reiterkunststücken, sagte Eric etwas überrascht. Das war mal, erwiderte Claire zwinkernd. Damals hielt ich ja auch von dir noch nicht viel. Bibi und Tina warfen sich einen Blick zu. Claire hatte hier draußen endlich einen Freund gefunden. Das war gut so, schließlich konnten Bibi und Tina sie nicht immer in den Ferien besuchen kommen. Plötzlich fiel Tina etwas ein. Bei uns zu Hause auf dem Martinshof machen wir auch immer so eine Art Reiterkunststück. Genau, fuhr Bibi fort, die sofort wusste, was ihre Freundin meinte. Es ist nicht kompliziert und man muss nicht lange dafür üben, aber es macht eine Menge Spaß. Klingt interessant. Wie heißt dieses Kunststück, fragte Eric neugierig. Es nennt sich ganz einfach Wettreiten, grinste Bibi. Wenn ihr Lust habt, können wir es gleich ausprobieren. Bis es dunkel ist, haben wir ja noch eine Weile Zeit. Claire und Eric waren sofort begeistert. Auch ihre Eltern hatten nichts dagegen einzuwenden. Also standen die vier auf und rannten zur Koppel. Claire stieß einen lauten Pfiff aus und sofort kam Garçon angetrabt. Coco und Fleur folgten ihm und auch Papillon, Erics Pferd, trabte hinterher. Kurz darauf waren die Pferde schon gesattelt. Die vier jungen Reiter saßen auf und galoppierten mitten hinein in die wunderschöne, leuchtend rote Abendsonne der Kamark. Untertitelung des ZDF für funk, 2017